Hey Freunde der Wildnis, ich bin im Namen Elieros hier. Ich habe seinen lang vermissten Friseu gefunden. Er lebt hier in den Wäldern. Sein Name ist Elraudi. Hier ist ein Exemplar. Freunde, das ist der Elraudi. Nein Leute, das war ein Joke. Ich zeige Ihnen den echten Elraudi. Das ist der echte Elraudi. Er ist so cool. Man könnte glauben, er wäre so cool wie Elieroflog. Servus Leute, ich bin Elraudi, Cousin von Elieroflog. Wie Sie sehen können, sind wir hier auf einem BMX-Schanzen-Geländer. Film mal kurz auf den Tüten, damit Sie sehen, wie ein Eichspiel das hier zu geben wird. Okay, pilf es auf mich. Sieger Typ auf jeden Fall. So, wir zusammen werden jetzt selber diese... Ich werde es Ihnen schauen. Diese Gelände fahren. So, wir fahren jetzt runter. So, so, so. Aber da fährt es eigentlich noch ein paar Clips von mir, damit Sie sehen können, dass ich eigentlich für ein Raudi bin. Und da fährt es eigentlich noch ein paar Mal, der das ist eigentlich noch ein paar Mal. Oh my goodness, get loud, ladies and gentlemen. Oh my goodness, get loud, ladies and gentlemen. Woohoo! Fuck yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Go, 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 go! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020